Oh, you can't blame a girl for trying Oh, 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 no, you can't blame a girl for trying Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben eine kleine Neuigkeit für euch, die wir hier auf YouTube noch gar nicht erzählt haben, nur auf Instagram. Und wir dachten uns, wir drehen einfach mal ein kurzes Video dazu und erzählen euch so ein bisschen was über das Ganze, was wir euch jetzt erzählen werden. Genau, und zwar wurden wir nominiert für den Julius Award und viele werden sich jetzt vielleicht fragen, was das ist, weil uns ging es am Anfang auch so. Ja, und zwar ist es eben ein Preis, der jedes Jahr verliehen wird an kleine YouTube Kanäle von einem gemeinnützigen Verein zur Förderung der Web-Videokultur. Genau, und es gibt verschiedene Kategorien, in denen man sich quasi bewerben konnte. Wir haben uns natürlich in der Kategorie Beauty, Fashion und Lifestyle beworben. Das Ganze war für uns zumindest ein bisschen kurzfristig, weil wir nur durch Zufall auf das Ganze gestoßen sind. Und wir haben das gesehen und haben uns gedacht, hey, wir probieren es einfach. Ich glaube, das war sogar erst zwei Tage vor Bewerbungsschluss oder so haben wir noch unser Video eingereicht. Weil, wie gesagt, es war super spontan. Aber wir haben uns gedacht, wir probieren es einfach, weil mehr wir verlieren können wir ja nicht. Und waren umso überraschter und erfreuter, dass wir unter den Nominierten waren. Wie ich schon gesagt habe, es gibt halt verschiedene Kategorien, wo man sich bewerben konnte und in jeder Kategorie wurden drei bis vier Nominierte dann quasi auserwählt, die dann am 25. Januar auf eine Gala, oder wie nennt man denn die Gala? Gala kommen dürfen, wo dann der Gewinner der jeweiligen Kategorie bekannt gegeben wird. Genau, das Ganze findet in Bochum statt und wir sind schon ganz aufgeregt und freuen uns auf jeden Fall, dass wir hinfahren dürfen. Das Ganze war eben so, da war eben diese Bewerbungsphase, wo man sich eben bewerben konnte. Und es ging dann eben eine bestimmte Zeit lang. Und aus den ganzen Bewerbern wurde dann eben von einer Jury, die eben aus Mitgliedern von dem Verein besteht und aus Gewinnern vom Vorjahr. Und dann noch aus ein paar Experten für die jeweilige Kategorie in eben den bestimmten Bereichen und eben für Web-Video-Bereich. Und genau, die wurden dann eben bekannt gegeben über eine Live-Show. Da haben wir dann auch eben am Anfang war es halt so, Nathalie so, ja, brauchen wir uns eh nicht anschauen. Wir sind da eh nicht dabei. Ja, hätte ich auch niemals damit gerechnet. Die erste Kategorie war dann eben gleich in die Kategorie, wo wir uns beworben hatten. Und wir waren auch gleich die ersten, die bekannt gegeben wurden, die ersten Nominierten. Und dann, ja, konnte ich es erst mal nicht glauben. Ja, die Freude war auf jeden Fall groß. Und, ja, wir finden es einfach eine total coole Aktion, weil, wie gesagt, da werden eigentlich nur Kanäle, die eben noch kleiner sind, die noch nicht so eine große Reichweite haben, noch nicht so viele Abonnenten eben nominiert. Und denen wird dann durch das Ganze eben auch die Möglichkeit gegeben, das eben ihre Reichweite auszubauen und auch sich ein bisschen mit anderen YouTubern zu vernetzen. Genau, wir finden es halt einfach total cool, weil für uns ist das Ganze eigentlich ein Hobby. Wir haben ja im Endeffekt nichts davon, wenn wir uns vor die Kamera setzen, außer dass wir uns jetzt hier im Internet präsentieren. Und, ja, oftmals ging es vor allem mir schon so, dass ich eben nicht wirklich viel Motivation hatte und Lust dazu hatte und mich wirklich dazu aufraffen musste, ein Video zu drehen. Aber, wenn das Ganze dann so wertgeschätzt wird, was man da macht, dann ist das alles nochmal so ein Motivationskick und dann, ja, merkt man halt wirklich, dass man das nicht umsonst macht, sag ich jetzt mal. Sondern, ja, dass es halt doch irgendwie einen Sinn hat oder keine Ahnung. Ja, es kommt halt einfach was zurück und das ist halt das Schöne dann, weil so, wenn du Videos drehst und so und es kommt, man hat schon ein paar eben so Reaktionen von den Zuschauern, aber so in dem Maß, wie wir es jetzt haben, weil wir eben noch relativ klein sind, weil wir eben noch relativ klein sind, haben wir halt, wie gesagt, jetzt noch nicht so die krassen Reaktionen, dass da immer tausend von Kommentaren unter unseren Videos sind. Ja. Und, ähm, umso schöner ist es dann, wenn überhaupt Leute kommentieren und Likes da lassen und unsere Videos eben bewerten, sag ich jetzt mal, weil... Deswegen sagen wir auch immer, lasst uns gerne einen Kommentar da, weil es für uns einfach wirklich hilfreich ist, um zu erfahren, ob das überhaupt ankommt bei euch oder ob, ob euch das generell überhaupt zusagt, die Themen, die wir hier auf unserem Kanal zeigen und besprechen. Wir finden, dass wir schon relativ breit gefächert sind von dem, was wir euch zeigen, weil wir ja eigentlich alles haben, sowohl normale Make-Up-Vlogs und SFX und alles Mögliche, was uns halt, worauf wir eigentlich gerade Lust haben, ähm, das machen wir auch, weil wir uns denken, warum sollten wir uns einschränken, wenn ich jetzt gerade eben Lust auf ein Faschingsvideo habe und es ist aber gerade Winter, dann mache ich halt ein Faschingsvideo, weil, ja, warum nicht? Genau, also so war es ja bei uns. Wir hatten ja das anfangs auch so geplant eigentlich. Deswegen gab es ja eigentlich so im ersten Jahr auch diese Make-Me-Fear-Reihe, weil wir dachten, ja, diese SFX-Videos machen wir dann nur zu Halloween. Aber wir haben halt dann doch gemerkt, dass die wirklich gut, finde ich, eigentlich ankommen. Und da auch schon immer gute Reaktionen zurückkommen und mir das natürlich mega viel Spaß macht, solche Videos zu drehen. Ähm, haben wir dann gesagt, scheiß drauf. Wir machen das jetzt einfach das ganze Jahr durch. Oder beziehungsweise so, wenn ich Lust drauf habe und eine Idee habe, dann drehe ich einfach Müll. Ja, ich finde es halt dann auch ein bisschen blöd, wenn man sich dann genau zu der Zeit, wo, wie du jetzt gesagt hast, um Halloween rum, wenn man sich dann dazu zwingen muss, irgendwelche Make-Ups sich auszudenken und aus den Fingern zu saugen, obwohl ich dann vielleicht unter dem Jahr gerade in dem einen Moment voll die geile Idee habe und einfach jetzt da Lust drauf habe, dann habe ich auch schon oft gesagt, ja, dann mach es einfach, weil, ja, warum nicht? So kann man ja auch zwischendurch einfach mal so hochladen. Und es ist ja generell schwierig, in der Kategorie Beauty irgendwie herauszustechen und noch irgendwie abwechslungsreichen Content zu produzieren, weil es halt gerade bei Beauty und so brutal viele YouTuber mittlerweile gibt, die immer wieder das Gleiche durchkauen. Und man versucht halt dann doch immer wieder so ein bisschen was Neues irgendwie reinzubringen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass euch das alles gefällt, was wir hier machen und dass ihr euch auch weiterhin unsere Videos gerne anschaut. Wir würden uns natürlich darüber freuen und freuen uns über jeden, der neu dazu kommt und der uns immer wieder Feedback da lässt. Und wenn ihr selber daran interessiert seid am Julius Award und selber YouTube macht, dann wir verlinken euch einfach mal die Internetseite unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch das alles nochmal selber durchlesen und in Ruhe anschauen. Ihr könnt auch bei denen gerne eine Spende da lassen, weil die sich wirklich nur durch die Spenden finanzieren. Und vielleicht habt ihr Lust und bewerbt euch nicht so sehr selber einfach dafür und nutzt die Chance und die Gelegenheit. Genau. Und ja. Also ich finde es auch so, wir haben schon auch in der kurzen Zeit, wo wir jetzt praktisch nominiert sind, schon auch eigentlich coole Leute kennengelernt, sag ich jetzt mal. rein durch eben von denen, die nominiert sind und da sind auch echt coole Kanäle dabei, die wie gesagt klein sind, aber eben großartige Inhalte bringen. Deswegen wurden sie ja auch ausgewählt und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen und die Kanäle sich anzuschauen. Und ja. Es ist halt auch für uns cool, dass man einfach mal mit anderen Leuten, die eben eigentlich das Gleiche machen wie man selber, ja die vielleicht auch nur das Ganze als Hobby sehen und halt nicht damit irgendwie Geld verdienen wie viele andere große YouTuber. Es macht halt schon Spaß, sich da mit solchen Leuten auszutauschen, weil die können einen halt dann noch ein bisschen besser verstehen, wie welche, die das überhaupt gar nicht machen oder die damit nichts am Hut haben. Ja, es ist halt schön, dann sich auszutauschen und einfach so sich ein bisschen zu vernetzen und sich vielleicht auch gegenseitig zu unterstützen. Genau. Mit dem Video oder im Rahmen von diesem Video möchten wir uns natürlich auch noch kurz bedanken dafür, dass wir überhaupt nominiert wurden. Wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, wir haben nicht damit gerechnet und freuen uns einfach riesig, die Möglichkeit zu haben und freuen uns auf den Galaabend. Es kann sich auch jeder von euch, wenn ihr Interesse daran habt, an dem Galaabend teilzunehmen. Die Tickets sind für jeden zugänglich, sind auch nicht teuer, kosten um die 20 Euro. Vielleicht habt ihr Lust und wollt euch das Ganze auch anschauen, dann könnt ihr euch, wie gesagt, auf der Internetseite die Tickets kaufen. Als wir uns da beworben haben, mussten wir uns praktisch mit einem Bewerbungsvideo bewerben und das werden wir jetzt gleich mal im Anschluss dranhängen. Also, falls euch das interessiert, wie das so war, dann bleibt einfach dran. Und wir mussten einfach nur kurz erzählen, wer wir überhaupt sind und was wir machen. Und ja, genau, so weiter und so fort. Das war es dann eigentlich auch schon wieder zu dem, was wir zu sagen haben. Lasst uns gerne eure Kommentare da, eure Meinung und vielleicht, ob ihr schon mal was von dem Julius Award gehört habt. Ja, das würde uns sehr interessieren. Und lasst uns auch sehr gerne ein Like oder ein Abo da. Das würde uns auch sehr freuen. Genau, wie immer. Und ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo, wir sind Nathalie und Julia. Wir sind Schwestern und 22 und 21 Jahre alt. Auf Instagram und YouTube unter dem Namen Make Me Up zu finden. Und da machen wir eigentlich alles rund ums Thema Beauty, Fashion und Lifestyle. Aber auch SFX Make Ups und alles, was uns interessiert. Und dann sagen wir auch schon wieder Tschüss.